Schade! Ja, du hast auch noch zwei hintereinander! Oh, sicher! Nein, nimm deinen Nadel auf! Schrag das Feld nicht, wo du... ...Change Time hast! Change Time! Du bist doch ein Nachwacher! Du kleiner Juhu! Guck mal, davon hatten wir jedes Spiel schon. Ja. Aber normalerweise soll man auch tippen und dann werfen wir aus. Guck mal, hier geht das, ne? Ja, komisch. Du werfst ja immer nur noch ganz hin. Ja, hab ich auch. Scheiße, das war zu früh. Jetzt aber komm! Ja! Gut abgepasst! Nein! Scheiße! War zu früh! Ja! Ja! Das wär meine Lucker gewesen! Ach komm, ich hab mir noch eine Münze! Oh, auch noch nicht mehr die! Das Spiel gönnt mir noch nicht mehr was! Ich glaub das ist ein bisschen verbuggt! Ja! Nennst du's auch mit dem Kontrollern! Naja! Normalerweise müsstest du leicht antippen und dann... Naja, hast du ja im Menü, hat das ja geklappt! Ein bisschen weiter vorne antippen und dann kommst du auch da rein! Aber naja! Voll komisch! Naja, komm mal local wasted ten! Halloё! He-he-he! Ich renne doch gerade nicht konkret hinterher! Oh, unmöglich noch. Was? Kann jemand was machen hier? Toll, Alter. Ich dürfte ja noch Münzen von mir klauen. Was ist mit euch denn falsch? Oh! Bist du hässlich. Geh mal nicht auf mich. Aber was ist mit euch denn falsch? Ich kann euch nicht mal die Dinge abziehen oder was? Nö. Könnt ihr euch nicht selbst verprügeln oder so? Und da könnt ihr auch mal öfter springen? Boah ey! Nein, hau mich doch nicht! Ich brauche mich nicht! Ich brauche mich nicht! Ich brauche noch was mit drei Minuten. Ich habe gar nichts bekommen davon. Schade, dass ich keine bekommen habe, wenn ich auf eure Köpfen rumgesprungen habe. Das ist total die Frechheit. Weil das große Münzprügeln war. Und ja. Großes... Krabbeutel, Krabbeutel. Aber großes Münzprügeln heißt für mich, dass ich auch welche bekommen könnte. Wäre ja alle gegen dich. Ja. Aber auch... Weil das ist total... Wer als Einzelwisser ist ja verloren. Grün. Grün. Im Grün. Tschüss. Ein blaues Bowser. Tschüss. Tschüss Bowser. Wie viele Münzen hat das für 50 eigentlich? Nein... 18. 18? Ja, ja. Wir wurden auf 15 abgezogen. Jaja... Bin ich immer gesparen. Ich verliere einen Stern. Oh, redet nicht mal so eine Scheiße. Ja. Nein. Mein Bild? Am Schaff. Sein Bild? Stern. Ne. Alter. Pitchell frisst aber heute. Ja. Guck mal, ihr Bild an, ihr zum Blasen muss drauf, ne? Wo? 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 Das ist ein schwarzes Loch da. Ey, das ist von der Seite. Das ist der Ohrring. Achso. Kann man aber auch von vorne denken, ey. Ohne die Augen dazu. Ja. Was du wieder denkst, ne? Gar nichts. Nein. Du den Blasenmund an. Noch gar nicht gesagt, auch zu lügen. Achso soll ich jetzt zurückspielen und das doch mal in die Videos einfügen? Nee. Tacken. Du weißt, dass ich das mache? Ja, halt zum Maul vielleicht. Bis dahin hast du sie wieder vergessen. Ich mag irgendwie rot zu sein heute. Ja, und ich mag jetzt irgendwie zu Boser zu gehen. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir können sogar einen Deck, wir könnten sogar 2 gegen 2 machen. Ja. Hallo Bowser, ich komme. War ja so klar. Ja. Wie auch mal, dann bin ich schon bei Bowser gar nicht, ne? Keine Ahnung. Wie auch mal, dann bin ich schon bei Bowser gar nicht, ne? Wie auch mal, nur gar nicht. Schlimm ist, du könntest nächste Runde nochmal gehen. Ja. Du mit den Chaos-Bowling. Hey. Ja und, macht doch Spaß. Du mit den Chaos-Bowling? Wenn du mit dem Chaos-Bowling hast, kannst du nicht schlafen. Du hast einen Schlafen. Ich bin mit dem Chaos-Bowling. Ich bin mit dem Chaos-Bowling. Du bist ein Schlafen-Bowling. Und du bist ein Schlafen-Bowling. weil du nimmst du wenigstens alle mit klar haben wir müssen von eurem entschieden krabbel da aber alle gegen dich und nicht du gegen uns doch sagen kann alle gegen dich und er könnte noch mal ja die ist jetzt die sechste na ja ich mag ich würde empfehlen gleich die rote zu nehmen mir empfehlen die rote zu nehmen ja da ist dort drinnen wenn du jetzt ein auswählst jetzt definitiv browser drinnen das wäre natürlich lustig habe ich nicht gesagt gesagt du könntest du könntest immer weiter lang gehen ich kann noch mal nicht besuchen was die dumm das war doch das war eine gute rote diesmal so macht zusammen gemacht das hat er sich gesichten ist total gruselig ja natürlich der letzte wird immer der superhelfen auf den ersten sehen musst du die tabelle drehen wir wollen ja ich werde das noch schaffen ja jetzt gruselig ist aber wirklich so ich werde das auf jeden fall noch schaffen ist aber auch normal ja aber noch dritter und der und glück gehabt die ampel ja ich hatte die ja gesagt aber sei vor dass du jetzt nicht mehr burser ziehen kannst ach du könntest doch nicht mal einen stern kriegen wir müssen springt das ist er ist das kam spiel abfahrt alter bock alter ernsthaft musst du auch schnell drücken ich bin fast auf die grau gespüten wenn du gerne auf mich darauf hinschwingen magst die 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 Du времum du sch Wong Ja dann Machst du Hör auf! Kannst du damit aufhören? Das ist Spielbehinderung Hör doch auf! Bitte Centos Sowas mach ich gar nicht bei dir Ich weiß Passiert doch gar nichts Was stand da eben noch? Warte mal Ach hinten war bremsen oder gar ne? Ja Meinst du, dass ich dich runter schubsen konnte? Du bist so ein Wichse Kleiner Pisser, echt Ach du Kla-